Hallo, nächster Trailer um 17.40 Uhr am 13.07.2020. In meinem letzten Video ging es ja jetzt darum, um das Freibad in Landau, dass man sich da online anmelden muss, um neuerdings da dann ein bisschen seinen Körper ins Wasser begeben zu können. Und da sind mir dann tatsächlich ein paar Fehlerchen unterlaufen. Da hat mich die Diana darauf aufmerksam gemacht. Danke, Diana. Und deswegen, mir können ja auch Fehler passieren. Insofern, wenn man mir das mitteilt, ist es hervorragend. Und ich habe da überhaupt kein Problem damit, mir eins dann auch nachträglich vor die Glocke zu hauen und zu sagen, das war jetzt hier auch wirklich dann gepatzt. Deswegen jetzt im Hauptfilm ein notwendiges Korrekturvideo bezüglich meines letzten Schwimmbadvideos. Aber da gibt es dann trotz alledem auch noch weitere Erkenntnisse, weil ich dann einfach mal dann auf diese Plus-Dinger hier gedrückt habe. Und wer es denn dann schauen möchte, sehr gerne bei Bitshoot, bei VK, die sich den Trailer bei WEC News TV anschauen, wisst ihr ja, den Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, ab damit. Und ich, tut mir leid, das ist, das ist, das nervt mich schon auch ab. Mir passieren schon mal, mir passieren schon mal Fehler zwischendurch. Zwischendurch, ich kann das immer wieder sehr gerne revidieren und mich da selbst korrigieren und zu meinen Fehlern stehen. Und ich denke, ja, auch trotz alledem auch jetzt der zweite Beitrag im Hinblick auf das Freibad Landau ist jetzt gar nicht so schlecht geworden. Und wenn ihr es dann eben schauen wollt, ihr wisst ja wo. Tschüss!